So, jetzt geht's los. Das erste Mal anziehen. Flaschen haben wir, Jacket haben wir, Terrier Jacket, Blei haben wir, ganz viel Blei für den Papa. Etwas weniger Blei für Scotty. Geht los. Los geht's. Ja. Vollgepackt. Vollgepackt mit guten Sachen, den besten Tauchlehrer. Haben wir. Danke. Dann ziehen wir uns an und sehen uns unter Wasser. So. 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 Wir haben viele Barsche gesehen, wir haben zwei Schlei gesehen und hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir haben einen guten Lehrer. Vielen Dank an der Stelle für den ersten Tag heute. Morgen geht es weiter. Wir sind ganz schön K.O. Ein bisschen durchgefroren. Wir schlafen jetzt auf jeden Fall eine Runde. Wir schlafen auf jeden Fall richtig gut heute. Tag 2 der Ausbildung hier im Atlantis Camp. Scotty ist schon dabei, baut seine Ausrüstung zusammen. Oh, wir sind voll vorbei. Da war volle Hütte dran vorbei. Da war volle Hütte. Scheiße ey. Ich wusste es. Alles gut? Einen freien Aufstieg habt ihr auch gemacht. Sehr gut. Check. Jetzt schwimmen wir einmal zur Boje. Sollte Treppen bei dir nicht. Die sichtige Seite. Alles gut. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Ja, da hast du Wasser vor. Wirklich? Okay. Wir versuchen jetzt ein Beinabzieher zu machen an der Boje. Behaltet euch einer rechts, einer links. Am Proje sei. Euch geht rüber quasi auch. Sonst nicht mehr gehen solltet euch da gar nicht zu bleiben. Euch erst halt. Wir versuchen das gerade sonst mal schön ruhig zu machen. Und ihr beide, ihr seid ja Tauchpartner. Schaut auch mal was der Tauchpartner. Wenn der Probleme hat, einfach mal gleich. Ja, da sind die Baute. Du kannst du. Da bist du. Eine Baute, eine Baute. Du kannst du. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So, auf geht's zum letzten Tauchgang unserer Ausbildung. Wir haben eigentlich alle Aufgaben, soweit es geht, observiert. Wir wollten noch ein bisschen tarieren. Wir haben nicht mehr lavor, aber wir gehen. So, hier ist ein Paddy mit hier ein bisschen Oaxaca-Syver, von Langefischer. Hat echt Bock gemacht. Auch. Ich fisch einfach mal an. Das Tauchen war. Hat echt super gemacht. Der See ist echt schön dafür. Echt. Man kann was sehen. Hat echt Spaß gemacht auf dem Fall. Bruder Verbar, wie fandest du's? Wie bitte? Wie fandest du's? Toll! Hat richtig Spaß gemacht. Können jetzt doch nicht tauchen, glaub ich. Oder? Müssen dürfen wir jetzt tauchen. Ob was können ist die andere Sache. Ob was können ist die andere Sache. Ob was können ist die andere Sache. Aber war echt schön hier. Hat auch Spaß gemacht. Bis dann. So. Das wäre auch geschafft. Jetzt kommt der unangenehme Teil. Alles wieder abpellen. Alles abwaschen. Alles wieder vernünftig zurücksortieren. Dass das für die nächsten Leute da ist. Vielen Dank an Atlantis. Dass wir hier die Ausbildung machen durften. Dass wir hier campen durften. Hat riesen Spaß gemacht. Danke an René für die tolle Ausbildung. Das war toll. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt, ob's euch gefallen hat. Lasst ein Abo und ein Like da. Und schaut auch vorbei bei TikTok, Instagram und Facebook. und auf. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wir sehen.